Hallo, ich bin Nyanji. Willst du nach Deutschland kommen, aber weißt nicht wie? Ich kann gerne dir helfen. Ich komme aus Peru und ja, da ist Machu Picchu, aber nein, wir reiten keine Lames. Ich bin nach Deutschland gekommen seit 2015 und ich studiere jetzt Wirtschaftsingenieurwesen in der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Fragen kannst du gerne bei mir stellen oder auch wenn du Probleme hast, können wir in der Gemeinschaft eine Lösung finden. Mails mag ich lieber, aber wenn du Lust hast, können wir auch gerne treffen. Das war alles über mich. Was ist mit dir? Bis zum nächsten Mal.